So, da sind wir wieder. Hi, Servus Leute! Und Willkommen zu einer weiteren Episode ARK! Das war echt spannend und hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich fast schon schade, dass ein zweites für dich da war. Ich hatte gehofft, es kommt keins. Ja, das wäre der Vorteil, wenn wir uns, glaube ich, nicht auslöst, dann wäre nur eins da. Obwohl, wir haben uns zu lange gebraucht. Ja. Wir haben schon ewig keine Spinos mehr gesehen, ne? Ja. Richtig. Oh, die Topoflasche war fast kaputt. Oh. Ja gut, du hattest noch ein bisschen öfter ran wie ich. Ich meine, ihr seht eigentlich noch zur Hälfte oder so. Ja, ich habe den mal angezogen, falls ich ins Wasser bin. Ähm. Irgendwie. Ich kann überlegen, ob ich zu den Dings, wo manchmal Spinos sind, aus Interesse. Okay. Also ich würde aus Interesse den gelben Prop da hinten anfliegen wollen, mal. Okay. Einfach nur aus Interesse. Gut, dann aus Interesse fliege ich ein Stück weiter. Ich hatte jetzt noch ein paar ältere Folgen mal geschaut und habe gesehen, dass wir am Anfang doch schon ein paar Spinos gesehen haben, jetzt aber schon lange nicht mehr. Ja. Ja. Und da müssten wir auch mal checken, wie viele von den Segeln wir schon haben, die brauchen wir ja auch. Das stimmt, ja. Ich meine, davon haben wir gar nicht so viele. Ja. Ich würde echt irgendwie gerne zwei noch, wobei eigentlich bringt der mir nichts. Tatsächlich. Ja, alles über 100 wird man jetzt eher 10, anstatt wegen dem Segel töten vielleicht, aber. Ja, 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 ja. Ja, aber. Ich möchte trotzdem meinen Hammer, aber ich weiß nicht so was. Brauchen eigentlich nicht. Ja. Klar, ich könnte halt meinen, äh, Schnellvertretende als Alphax Rex absetzen. Weil ich aber halt auch schon schneller als ein Rex. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich denke, die Zeit kommt noch an den Spinos 10. Wie verrückt. Denk ich. Ja, ich muss. Den Tropf war schon mal nix. Ja, irgendwie brauche ich den Tropf alles Müll. Ja. Brauchst die Teile schon mal mit die beiden in Ordnung. Aber in den Höhlen, klar waren nur blaue, aber... Ja. 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 Was auch ein Para einstellen könnte, dass er vielleicht Verbündete findet. und dann wenn du hier verlierst kannst du dann machen und dann hat der hier ja ja wenn der gegner aufspielen kann der kann aber bestimmt auch man sollte einfach keine tiere verlieren ja du musst es nicht sagen ja wie sagst du sowas oh ich hab keine hausse auch vogelmann ein klitzekleiner meter zentimeter weiter und du wärst nicht mit den füßen im wasser gewesen also hier ist immer noch nichts nachgespawnt der fluss ist ja ausgestorben die voll am anfang mal war ja irgendwie ist das echt komisch auch da wo ich jetzt gerade bin da war öfters mal ein spino oder rex nicht ja ich wäre schon zufrieden überhaupt mal tiere zu sehen außer vielleicht eine mücke oder so gut andere tiere sehe ich ja auch nicht aber das ist das einzige was hier rumfliegt das ist eine mücke selbst dies allein ach schon ein bisschen knuffig wieder den chibi auf dem sattel vorsicht so hält wieder dass er rausguckt ja du hast nur ein bisschen durchlöchert ja ja tut ein bisschen weh ja weil die zacken durchschneiden echt ja ich bin bei dem fluss gefolgt ja eigentlich wollte ich nicht so weit aber ob es denn doch und jetzt bin ich halt hier mit dem Wasserfall da zwei sattel manta sattel und Megaluzeros sattel ok ach schon wir haben ja ein fläsi für nichts ja für nix man könnte drops absuchen aber wir brauchen das eigentlich nicht ja eigentlich nicht vielleicht pelz ich weiß nicht wie kalt es mir offen wird halt ich weiß es nicht reicht aber ob die pelz die wir haben muss die muss einfach reichen ok sind noch tage lang wochen lang hier pelztrop suchen irgendwo ich habe ja echt schon viele drops wenn ich gelb lila oder was sehe gehe ich eigentlich meistens da hin und kommt einfach nix rum ja aber es ist ja kein stand nee das ist schon klar aber trotzdem müsste doch mal ab und zu mal was dabei sein oder ja das stimmt ja das stimmt überhaupt schon was überragendes also das äh ne wir können schon froh sind dass wir fünf teile meisterhaft irgendwo rumliegen haben ja und das im endeffekt ist ein bogen bogen und knüppel oder sowas so ein sinnloses zeug ein bronto ewig lang kein bronto mehr gesehen na gut packe ich das vielleicht mal hier irgendwo in fototrog hier steht einer als würde uns tatsächlich noch ein spino säge fehlen ja wo kriegt man das her wenn wir es dann auch nicht für das verschaffen dann brauchen wir den für den Affen oder für den Traum ich dachte für den letzten aber mit 100% aber auch egal irgendwie fehlt er trotzdem noch ne ja wir haben schon ein eiches Sammeln ja nicht glaube ich nur bis vor die Haustür so hier habe ich noch einen sattel und einen print genau ich habe einen meisterhaften bogen die ganze zeit in meinem vogel liegen ich schaue es nur bis zu den rexen aber kann ich ja ein ei rauslassen ja wie ist voll wir haben einen bauplan für einen meisterhaften compound bogen mit 1000 300 poli also hier sind die ganzen baupläne drin generell alle baupläne die wir haben und fertige sattel sind hier noch mit drin also für unsere zeug ist ja nichts dabei und hier ist ja unsere ganze ausrüstung nach genau die meisterhafte armbrust habe ich ja ziemlich am anfang gefunden ich glaube schon keine ahnung episode 2 3 oder so ansonsten sieht es ja schlecht aus mit meisterhaft also noch mal weiter habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt einzigste meisterhafte ding ach du hast bestimmt irgendwas geiles gefunden du benutzt sie an der seite sagst du nichts davon ne moment hatte ich im schrank jetzt getan 130er revolver bauplan wir haben nur 120er mit herstellerbonus 130er revolver bauplan ja in grün ja gut ist ja jetzt irgendwie nichts ne ja aber besser als unseres ich meinst 120 und wir haben also ich habe 18% herstellerbonus ja ich habe einen fertigen 140er dabei und sonst liegt hier ja guck mal ja liegt schon 124 da drin den hast du benutzt oder ich wahrscheinlich genau mit 45er herstellerbonus ja ja es ist jetzt nicht so der bruder hat es gesagt 180 oder irgend so was aber das eigentlich ist ja was wie die nachspunkten die kackesjäger sie ist in unserer base rumrennen oben beim zähmen oder was beim züchten da ja ja und hier laufen drei stück rum wenn nicht die jötis haben wir ja alles gecheckt ich werfe jetzt einfach mal an sind es nur noch ach das menschen fehlt aber weggepackt wahrscheinlich also ja weil es glaube ich ein kind gibt ist noch gar nicht fertig das menschen was da rein soll kann das sein wahrscheinlich ja hier ist ein heranwachsender Jutti und hier ist noch einer das sind unsere zwei Spielerei Juts und der hat Sets des Menschen aber der ist ja drin also wahrscheinlich aussortiert heranwachsende rp stamina damage genau der hat stamina noch dazu ja wo bist du jetzt denn gekommen zu hause zu hause da kann ich dir einen von den Jutti mal in den Anki legen ja ich muss mir dort noch ein leerchen voll ja ich hätte es trotzdem rauswerfen können steht dort schon nochmal ja ich muss mir dort ja ich muss mir dort sein ja ich muss mir dort sein wer baut denn so ein Käfig ey hallo der ist cool nee weil wenn die nämlich in der Ecke sind wo du gesagt hast dass man da raus springen kann dann kannst du da nicht raus springen musst du halt aufheben und streicheln 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 ich reiß gleich hier so ein Fundament ab so ein Zaun da sind so viele es läuft immer einer in die Ecke ja jetzt wollte ich gerade mit einem anderen Dino probiert gut die zwei sind rausgeworfen die Schweine stehen auch noch hier das heißt wir sind noch nicht fertig gewesen so wie es aussieht kann wahrscheinlich immer also ich würde da jetzt noch ein bisschen was machen Moment und dann sehen wir weiter und eigentlich auch die Tais du hast jetzt den einzigst perfekten normalerweise ja deiner wäre auch perfekt gewesen okay aber wir hatten ja trotzdem also ähm das Schweine ist eigentlich das hat HP und Fuß das braucht es ja nicht okay wenn du sagst wir sind durch dann bricht es halt ab und dann also man kann noch Stamina und Damage aber eigentlich braucht man es nicht mehr ja pack ich sie ein jo ich werfe es noch einen Tais an falls noch einer stirbt wenn man dann eh wieder auf 25 Juts und Rexe aufpassen muss dann ist der Tais auch noch egal ja der braucht nur Essen und bisschen Aufmerksamkeit aber sonst ja es gehen langsam die Cryos schon wieder aus ach nur langsam keine Sorge ich wollte jetzt schon losziehen 10 noch 1, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 16 noch mit meinem Inventar okay leere ja ich habe auch noch 4 bei mir also 1 ist ja der Juti der da draußen steht und die sind ja gleich oder 3 noch wegen ach wir hatten das letzte Mal schon gewohnt aber einer der muss was mehr haben oder ja wegen dem Nebenwert hat er wahrscheinlich besser ja wieso hat der aber ne der eine hat 399 der andere hat 380 Damage was ist denn das? ja die Prägung der Prägungsfortschritt ist das ne aber also Name keine Ahnung jetzt geht das wieder was hm also können wir es erst am Ende dann vergleichen weil ja das irgendwie seltsam ist dass bei Damage zwei verschiedene Zahlen stehen haben aber wenn der stimmen würde hätte der ja die Zeug ahinnen verdient ja Ja aber dato auf jeden fall auch den Vater mit Damage ich schau mal was die Mutter hat Was weiß wie Core ou Bro Sam Raider ist wie Ja es gibt kein Sam Raider mehr ja 164 wir haben noch ein paar jüdisch drin also drei legen auf jeden fall als der alte vater liegt ja in der rechten kreukammer drin okay er hat auch den damage weil die mutter hat nur 370 nahkampf also kann 380 jetzt immer gar nicht stimmen ja das ist rundungssache also wir können noch warten aber theoretisch müsste auch 390 haben gut dann müssten wir halt schauen welcher wert von dem besser ist weil einer von den beiden geht halt zwischen die drei damen da und darf sich da vergnügen einer von den beiden wenn die gleich sein sollten trotzdem ein level unterschied kann man sich halt aussuchen die farbe oder so keine ahnung was wir da reinstecken und der farbe her wird es natürlich der blaue weil das orange grau ist ja hier schon die stehen alle so hier rum wir schon mal ein bisschen zeug fürs züchten also auch zwei mal zu wenden und dann kann er schon dort stehen ich versuche dir jetzt mal ein orange toben zu machen der zeit in den zwei minuten dafür kann man theoretisch diese liste sich anschauen aber du kannst auch versuchen ich versuche es obwohl ich mit der gestaltung gar nicht so unzufrieden bin wie ich gerade rumlaufen ja auf jeden fall für spätere spieler ein es regnet rein hier das war schon mal nicht ich schaue doch eine minute dann geht es weiter mit dem ja die zahlen werde ich da sein wenn ich komme jetzt mal raus sehen also ich brauche zwei davon so schauen wir mal beim kochen zu gelb rot holzkohle möchtest du es mal ausprobieren wie es aussieht eine orange färbung ja aber wohin denn jetzt weiß ich nicht auch ja das können wir noch machen ja das gelb der ist von natur aus gelb so wie es aussieht ja was ist das für ein ach das ist der rücken ok der kam und deshalb auch ach du schreck in der vorschau sieht es unschön aus aber ich mach es halt mal war das original schöner das müsste ein bisschen mehr richtung gelb gehen das orange also schön ist eigentlich das was auf dem damit er hinten drauf ist bei ihrem ding das ist der originale der originale streife ich mach mal kanter lupe ok aha simberries magtaura rote bären gelbe bären woher ich melonen färbung honig melone ok ja das sieht auf jeden fall hier schon mal ein bisschen besser aus schauen wir mal rein mal ranzoomen und ja das wird auch nicht aber ich trage es mal auf das ist eigentliche was orange dann noch gibt ja da muss man vielleicht doch richtung soll das ein gelb sein da hinten drauf ja mal ja dann mal dann mal kommt ganze gelb ist eigentlich nicht so so eine jetzt muss jetzt muss bitte mal aus Richtiges Gelb, Standort. Ja. Ja, das ist halt richtiges Gelb, der Fed hat echt dieser Rotton da drin. Ja, und dann gibt es halt noch, was vielleicht halbwegs gelb ist, die Pan. Irgendwann ist das Zeug, das wird ja jetzt sehen die Farben. Äh, Moment, ich klicke. Äh, ja. Geh nun. Lauf mal vor, bitte. Nee. Ach, ich? Ja, ich dachte, du bist halt mit rausgerannt, du weißt was, die muss drinstecken. Fuck. Ja, sorry. In drei Minuten, das Ding ist, äh. Oh, scheiße, was war denn deiner? Meiner war 188. Echt? Ja. Der auch. Ist er weiblich? Oder männlich? Nö, männlich. Oh, schön, schön. Oh, ich könnte noch Pangerine. Sieht aber eher bräumlich aus. Ich probiere es auch einfach aus. Äh, ein Schießpulver. Vier davon. Sieben davon. Moin. Drei Minuten, der nächste. Mandarinen ist herrum. Ich lasse sie mal drin. Ja, das klingt, das klingt doch gut. Drei Minuten müssen wir zum Juti. Das hört sich zwar gut an, sieht dunkel aus. Das sieht ja fast dunkler aus wie orange. Mal schauen, wie es aussieht beim Auftragen. Ah, du Schreck. Ist ja dunkel. Das ist nichts. Fast wie in Dreck gefallen. Oh, oh, oh. Okay. Tarn wäre halt ein blasses Gelb vielleicht. Ich mach jetzt einfach mal Tarn. Einst du da sein. Sägst du da vor. Einst davon. Ah. Hellbraunen. Ui. Kann man ja her schön. Hellbraunen. Das sieht schon aus wie so ein ganz zartes Gelb oder so. Ja, aber sonst gibt es noch Fanchement, das geht echt nicht einfach machen. Kann man sich auch mal ein bisschen auf die Monitoreinstellungen an, wie das jeder so empfindet, aber es ist natürlich... Alle Farben waren weit weg von dem Mittelstrich auf dem Rücken. So, Pergamentfärbung, ob ich das mal... Das ist auch ein ganz helles Gelb, ne? Ja, aber sonst gibt es nichts mehr mit, was mit Gelb zu tun hat. Ja, der Unterschied war aber nicht wirklich zu sehen, oder? Ich habe gerade gar nicht geguckt. Ja, die Farbe hat ich ganz oft eingesetzt für meine Pinzeleien an der Base und so. Ich weiß auch, ob auch nichts schlimmes. Dann schauen wir mal nach dem Juti. 18. Ja. 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 Ich glaube, ich bin aber zu langsam. Oh nein, nicht. Ich habe lieber gegessen. Nein. Ja. 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 Dann haben wir alle Färbung durch, so wie du es zumindest gesagt hast, ne? Ja. Ich glaube, was ich beziehe noch mal. Kann man wohl den Originalton, den die hier mitgeliefert haben, nicht erreichen, der da hinten drauf ist? Wahrscheinlich nicht. Schade. Ja. 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 Oh, jetzt. Partner Look Vogel. Ja. Das ist aber richtig kräftige Farbe, ne? Ja. Ist die auch so rauszukommen, wie man sich das vorgestellt hat, oder so? ja okay wo pink wäre vielleicht eher weil das hier ist ja ein bisschen heller ich mach es auch mal jetzt alles schon weggelegt minute ja ich krieg es hin ja gut ja so jetzt ist es dran, ne? naja, kuschelt haha, jetzt sieht er aus haha, so geil nee, das ist halt auch nicht jetzt kann ich, ich kann jetzt auch nicht die Farbe zu meinem Vogel nachmachen das sind die einzigsten zwei Magenta slash Pinks ja, es ist vielleicht dann doch eher in Rot weiß nicht das ist weit weg, das hier ist schon so ein bisschen ja, Telefonanbieter Farbe mach ich lieber das so, der eine Jungs ist ja jetzt erwachsen, ne? kann ich besseres Internet von dir haben? ich hätte kein besseres Internet kannst du mir das ermöglichen? hallo, ich hab wieder eine andere Farbe ich bin nicht mehr Internetanbieter eigentlich könnte man jetzt den Jungen auf die Frauen gleich drauflassen ja, der müsste es gleich geschafft haben wir machen was hat wieder an ja niemand kann den haben einen Sattel ja, Sattelbeauftragter ja, ich schieb da auf der schon haben wir auch noch keinen Print gefunden, so weit ich weiß ja, oh, ich muss alles holen oh, die Arme naa Das ist das Mönchen, du bist das Mönchen, du kriegst es. Hat denn die ausgemacht? Du oder was? Ich hab die eigentlich nicht ausgemacht. So, jetzt haben wir davon, fangen die jetzt nicht an? Der Liebesstein kommt. Macht Liebe. Okay, Freunde. Jetzt fängt im Prinzip, ja, dieses alltägliche Züchten mit an. Wir züchten noch ein paar Duties. Hi, wie geht's mit dem TIE? Kannst du mal nach dem schauen, bitte? Wir ziehen den TIE noch auf und... Wo ist der? Bei den TIEs. Hier ist keiner. Der ist weg. Der ist auf Folgen. Mit Sicherheit auf Folgen und steckt jetzt irgendwo. Und da ständig das Hut aushab, sehe ich auch nicht, wenn wir einen Erfolg zu einem kleiner Knopf... Ich schaue gerade. Äh... Bist du schon gestorben? Nein, niemals. Wo an denn? Weiß ich nicht. Wo bist du überall hingelaufen, weißt du es noch? Überall hin. Also bist du schon mal von der Base weggelaufen, meine ich? Nein. Nur so außen rum. Ich bleib halt mal jetzt mal hier in dem Bereich hier vorn und... hoffe, dass er irgendwie auf mich zuläuft, aber... Ich reich gerade mit Haar rum, weil Babys sieht man, dass... Oder halt... Nicht Babys, sondern... Nämlich Erwachsene ist ja ein Schnuller drum. Drüber, aber... Ich finde nur einen Schnuller und das ist der Jut. Ich mach das, such doch doch jetzt das Tiermann, Alter, der macht dann immer alles. Ich bin halt hier vorbeigelaufen. Muss doch jetzt in dem Bereich bleiben. Direkt irgendwo über Treppe, oder wie? Äh... Ja, alles klar. Der hat im Vogel gestimmt. Ja, man sieht, ob er nochmal geht. Aber ich hoffe, ich denke schon. Werfen wir mal... Ja, der war noch unter 50. Der war noch unter 50. Achso, ich hab's schon weggelegt. Ne. Achso, ne. Ich hab's eigentlich hier drin verstanden. Okay, dann stellen wir jetzt hier hin, hier mitten rein. Weil der ist jetzt wichtig, dass wir den nochmal einmal printen. Das schaffen wir ja eigentlich. Locker. Ja. So, aber jetzt, ich mach das halt wieder aus. Seh wieder nix. Ja. Und jetzt kommt eh noch, das wollte ich ja sagen. Sag's nochmal. Das zischen. Noch ein bisschen hier und da. Ein bisschen aufräumen. Und so weiter und so fort. Und vielleicht schon ein bisschen vorbereiten auf den Boss, oder? Ja. Ich denke, es ist unser nächstes Ziel. Wir haben jetzt das Artefakt gefunden. Haben wir jetzt seit Wochen gesucht. Bestimmt schon den ein oder anderen ein bisschen, ja, aufgeregt. Weil wir halt nie geschaut haben, wo gibt's das im Internet oder was. Wir haben einfach alles selbst finden wollen. Haben es jetzt auch getan. Und mit dieser rollenden Kugel hier, immer die Folge für heute. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr euch ein bisschen unterhalten habt, lasst gerne ein Like da, ein Abo sowieso. Könnt gerne auf den Kanal schauen, wo es noch so gibt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, ciao Leute. Tschüss.